So, jetzt schieb eine Hälfte weg und die andere Bugs wieder drauf. So, die angebrochene Seite nach vorne, jawohl, so. Na, jetzt war die falsche Seite, aber egal. Ja, mach. Hit in Dampf. Gleich zweiten Gang rein. Jawohl. Ja, man stellt immer die glatte Seite nach unten. Nicht die schiebenecken. Und schon hoch. So, ist richtig. Und gleich aufgestellt. Jawohl. Wer sagt denn? Ein bisschen so drehen, damit es auch gerade aussieht. Ja, das ist, naja, egal. Ist so ein komisches Stück. Und gleich in den zweiten Gang rein. Das ist nicht schlimm. Fängt ja denn jetzt. Ja, ich bin schon lange fertig. So, gut, das reicht schon. Und gleich den anderen Stück da drauf. Jawohl. Und sofort weiter. Beide Hebel. Runter. Sehr schön. Ok, ok. Ok Vielen Dank Mach ruhig weiter, wenn du möchtest Mach, mach schnell drauf Man macht erst immer mit dem Fuß die Platte so ein bisschen sauber Sonst hast du die ganzen Stücke da drunter liegen Und dann steht der Stamm ja schief Jawohl So, in Sache einer Frauen können kein Holz spalten Klappt doch Ok Dankeschön